Hallo und herzlichst Willkommen zurück bei Obscurity zusammen mit der Julia und dem Link. So, ich hab deine Stäbe, Link, ne? Oh, sie hat Links Stab. Sie hat Links Stab. Unter den Altaren ist immer so ein Block. Leg die da mal immer in den ersten Slot rein. Unter den Altaren ist ein Block. Jetzt haben wir zehn Stück, die hauen wir mal eben hier rein. Das ist falsch. So. Das ist ja voll spinnig. Aber da muss ich ja jetzt erst mal den Boden wegreißen, oder? Nein, du musst halt der Fock schon wegmachen. Dafür brauchen wir die Unheimliche. Wo kommt die Unheimliche her? Aus der kultivierten und aus der abgestimmten. Abgestimmte? Was ist denn eine abgestimmte Prinzessin? Tja. Dafür oder dagegen? Ich bin dagegen. Muss ich die Stäbe vorher auf den Modus noch einstellen? Abgestimmte. Äh, ja, auf Function. Auf Function. Function Mode, ja, passt. Der ist, glaub ich, automatisch drin. Wo ist egal? Einfach da rein. Ja. Ne, ne, in ersten Slot und rechts steht auch, ähm, irgendwas mit Slots beuse. Nicht schleichen. Rechtsklick. Makellose Abstammung. Oh, makellose Abstammung. Ich schläg's dir rein und du kannst es dir dann ja wieder... Die abgestimmte Prinzessin aus welchen Bienenstöcken krieg ich die? Die, what? Welche Nummer? Nein, du kannst welche Nummer sagen. Nein, kann ich nicht. Welche brauchst du die? Ich will die spinnige Drohne machen. Die spinnige? 3, 3. So, dafür brauche ich die schleichende Drohne. Nein, hat sich das jetzt alles verschoben? Genau, die rote brauche ich da. So, und dafür brauche ich da oben die bescheidene Prinzessin, ist klar, und unten die unheimliche Drohne. Und für die unheimliche Drohne brauche ich die abgestimmte Prinzessin. Und eine kultivierte. Die habe ich, die habe ich auch. Oder eine mystische, das ist egal. Auch ohne der Völlerei. Also entweder habe ich eine abgestimmte oder eine mystische, mir ist eben egal welche. Oh Gott. Tune. Pristine stock, also... Ja, genau, das ist die Frage. Frage aller Fragen. Das kann er natürlich nicht, ne toll. Geh weg. Geh weg. Danke. Glaub es war... Moment, ich muss schauen, welche du alle hast, dann kann ich dir sagen, die kommt auf jeden Fall aus einem Bienenstock. Das habe ich mir gedacht, nur die Frage zu zwischen. Ich glaube, aus denen unter Wasser... Da noch Eimer. Komm. Geil. Wir haben einen einzigen leeren Eimer, ist ja gut. Kraftstoffe, ich habe einen eisen genug. Ja. Das ist der Hallen-Lebinenstock. Was ist gar nicht da raus? Magische. Brauchst du, kannst du die nicht auch benutzen? Nein, ich brauche mystische, wenn. Warte, ich muss mich durchklicken, sonst weiß ich nicht mehr. Für die unheimliche Drohne brauche ich... ...mystische Prinzessin oder abgestimmte Prinzessin. Du kannst auch unten noch weiterklicken. Was? Unten sind nur noch zwei letzten weiterklicken, da kommt noch eine zweite Seite, glaube ich. Doch stimmt, da gibt es noch eine zweite Seite. Magische, ah. Ungewöhnliche. Ja, magische. Okay, dann mache ich das mit der magischen. Alles klar. Wie viele Kicher, 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 ich hier kaputthauere. Ich brauche einen neuen Kicher. Warum kann man keinen Diamanten-Kicher machen? Wir haben keine Milch mehr. Wer braucht schon Milch? Ich? Außer der alte Knilch. Ernsthaft? Wir haben keine Milch mehr. Wir haben mehr Kühe. Nein. Ja, dann. Ich will mir dir auch nicht helfen. Ähm, so. Mir reicht das jetzt erstmal. Ich habe eh mehr da gemacht, von daher. Passt das schon. Das ist interessant. Warum kann ich die zwei magischen Drohnen nicht zusammencraften? Was denn? Wie heißen die Dinger, was die Galaktik-Sein-Bips benutzt nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Was sagen? Um was zu machen? Pipes. Geh. Wo du Sachen aus Kisten rausholst, bitte. Transfer Note. Ah, stimmt. Ich kann mir den Namen einfach nicht mehr machen. Macht ja nichts. Dafür bin ich ja da. So. Jetzt habe ich die magischen Drohnen. Zeiche? Ja, eben. Jetzt habe ich, ähm... Zeiche? Spinnige. Nein, dida. Spinnige herzustellen. So. Brauche ich schleichende. Um schleichende herzustellen, brauche ich... Das sind wieder dreieinander. Ich brauche ich... Unheimliche. Um umheimliche herzustellen, brauche ich... Ungewöhnliche Prinzessin. Ne, magische Prinzessin habe ich gesagt. Und kultivierte Drohnen. Die kultivierten Drohnen mache ich nochmal. Woraus? Ah, wenn ich die gemeine Prinzessin mit waldigen Drohnen kreuze. Da, da habe ich was, was ich machen kann. Ich brauche jetzt noch gemeine Prinzessinnen und waldige Drohnen. Alles klar. Okay. Ja, die kriege ich aus den Ohrstöcken raus. Deswegen ist es kein Problem. Äh, was habe ich gesagt? Waldige? Waldi? Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Waldis mag keine. Und was habe ich noch gesagt? Waldige und bescheiden? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin raus. Nee. Das ist mir zu komplex. Wasser, Feuer, Wasser. Zu komplexitiert. Füllerei wollte ich jetzt. Kultivierte wollte ich haben, ne? Dafür brauche ich... Morastik. Genau, nicht weil ich, sondern Morastik brauche ich. Morastik, Drohnen und gemeine Prinzessin. Morastik und gemein. Und Morastik kam, glaube ich, aus den... Aus den... Aus den... Scheiße. Was ist da? Die gemeinen kamen aus den bescheidenen. Äh, was? Ich glaube, die kamen hier raus. Moment. Gucken. Sind die gemein? Nein, die sind bescheiden. Natürlich sind die nicht gemein. Die sind bescheiden. Natürlich. Hätte ich aber auch sagen können. Ja, jetzt dann. Feuer. Wenn ich wohl reite fülle. Winter. Das ist mir zu hoch jetzt hier. Und zwei von diesen blöden Diamanten. So. Marschig, marschig. Habe ich keine mehr. Tropisch. Bescheiden. Ja. Oh, wir haben 411 Diamanten. Und Ralf-Barn. Warum steht da nicht dran, an welchem... Aus welchem Bienenstock was rauskommt? Das ist doch kacke. Marschig. Was? Sag halt jeden einmal, dann siehst du ja immer, was rauskommt. Ja, aber muss ich mir so auch merken. Hier kommen Morastige raus. Morastige braucht die Drohnerprinzessin. Ach, scheiße. Komm, ich mach sowas, ich beides zehnmal habe. So. Oh, Mann. Auch. So, jetzt aber. Jetzt nochmal einstieg sortieren, damit ich da nicht später durcheinander komme. Oh, ich hab schon wieder den Kescher kaputt gemacht, Alter. Warum machst du das denn? Die gehen so schnell kaputt. Ich will mir ja gleich mehr herstellen, aber dann ist mein ganzes Amite hinter voll davon. So, jetzt haben wir die hergestellt. Die sind jetzt wo? So, da sind sie. Hab ich die da? Dann haben wir noch die da. Dann haben wir noch die da. Die da. Ist die da, die dort am Eingang steht? Oder die da? Okay. So, die Schablone von den Blumen der Erde hab ich schon. So, jetzt hab ich die, die, was hab ich jetzt? Die, hab ich die Morastigen hab ich gemacht, ne? Scheiße. Morastige, genau. Morastige hab ich jetzt genug. Ekelhaft. Jetzt brauch ich noch Waldige oder was? Wenn ich mich nicht mehr dreimal hier durchklicken müsste, wäre das viel einfacher. So. Ich brauche entweder Waldige oder Gemeine. Egal. Eigentlich, ich brauche auf jeden Fall Gemeine. Gemeine. Gemeine kam nochmal wo raus? Gemeine kam irgendwo raus. Oder muss ich die auch züchten? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, wenn ich die jetzt herstellen wollte, dann muss ich jetzt bei Wasser schauen. Ich brauche drei von diesen Manastallbaren. Natürlich alle in meiner Kiste. Nee, die müssen irgendwo rauskommen, weil... Weil ist so. Was kommt aus dem Tropischen raus? Das ist ja voll die Schienderei hier. Braucht er das Setup schon? Und fast länger als der Rest. Topische raus. Natürlich, das andere wäre auch doof gewesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Du hast doch nur Scheiß hier. Tropische Prozesse. Was soll ich mit einer tropischen Prozesse? Da hab ich keinen Platz mehr für jetzt. Ich packe die da rein. Gemein, wo kam nochmal gemein raus? Gemein. Wie war denn das jetzt nochmal, wenn er irgendwas aber nicht im M.E. hat, stellt, dass ich das dann auch selber her? Ja. Ich glaub, wieso? Wieso? So lange das Rezept drin liegt, ja. Wenn das Rezept nicht drin liegt? Das müssen wir halt dann noch rein machen. Was brauchst du denn zum Beispiel? Angel. Ja, das kann man ja, das ist kein Problem. Kann aber auch einfach ein paar Angel reinschmeißen. Nee, das legen wir einfach nochmal rein, das hat's ein bisschen. Wisige. Also lasse ich mir nochmal eine Angel im Inventar, damit ich dran denke, dass ich eine Angel auch brauche. Ich brauch gemeine. Gemeine. Wie ich's reinlege, ist egal. Ich muss nur drinlegen in der Schablone. Ja. Und dann einmal die Rune oben rein, damit du weißt, dass es das sein soll. Genau. Und dann auf Schablone kodieren. Genau. Und dann die rausnehmen. Ja, theoretisch hat das jetzt funktioniert. Dann wollen wir's erstmal testen. Wo kommen die Gemeinden nochmal raus, Link? Die Gemeinden? Ja. Oh, du bist immer noch bei der Zweite. Ja. Ich hasse Bienen. Welche machst du denn gerade? Kultivierte. Da brauchst du die Common für Forest und, hä? Also bin ich gespannt. Da gibt's keine Gemeinden. Da sind bei mir keine drin. Du willst die Common machen. Die mit dem lilanen Ding auch so. Mit dem lilanen. Was? Ich will, ähm... Ja, du willst die Cultivated machen. Mit lilanen. Cultivated. Mit lilanen Umrandung, genau. Dafür brauchst du eine Common und ne Forest, richtig? Richtig. Ja, oder Morassi. Ich hab die Morassi jetzt, aber ist ja egal. Ja. Dann brauch ich die Common, genau. Die Common. Und die Common machst du aus Forest und Marshi. Also... Hä? Wieso gibt's dafür bei mir kein Rezept? Okay. Bei mir ist da einfach Wald und die, wo du jetzt gerade auch hast, die mit dem grünen, die Morassige. Also Wald und Morass zusammen, ja? Ja. Also so rein als Laie würde ich sagen, das ist falsch hier. Ich weiß. Das ist auch noch nicht fertig. Ah ja. Da können wir mich nicht dann gleich mit. Also Wald und Morassi. Boah, ich bin guter Laie. Wald und Morassi. Weil hier fehlt so ein Dingsi. Und das Dingsi, das hier fehlt, ist hier drüben zwar da, aber nicht angeschlossen. Überlegst du mal das hier in... Wald. Welche hast du denn jetzt gemacht für welche? Ich hab jetzt einmal die Rune der Erde. Leg die mal hier rein. Wald und Morassi. Okay, warte. Wo? Wo draufstehen, schaff ich da. Wo draufstehst. Da. Runter. Da muss es rein. Ja. Nein, da wo ich draufstehe, genau. Der Block, wo ich draufstehe. Jetzt ist es weg. Ja, es ist in den Alltag gefallen. Oh. Hier, in dem, wo ich draufstehe, ist es gerade mal reingelegt. Ach, da hätte ich reingehört. Ja. So, jetzt sagt er... Stein, Mushroom, Block of Coal und Mana Steel. Schau mal, dass wir das schon alles im ME haben, damit das sehen, ob es funktioniert, bevor wir in die ganze Zeit da noch... Ja, warte, ich guck mal. Also einen Stein haben wir, einen Pilz haben wir welche und das andere war Kohleblock. Kohleblock haben wir auch einen drin, ja. Mana Steel, drei Stück. Mana Steel dürfte man nicht drin haben. Dann leg mal drei rein. Äh, eins, zwei, drei, ja. Bald, Morast. Wollen wir jetzt auf Craft wirklich gehen? Sag was, Morast, Morast. Wer braucht hier oben natürlich noch? Danke. Ich habe natürlich hier oben den Living Rock vergessen. Aus welchem? Der oben drauf fallen muss. Ja, ich brauche ein bisschen was. Gemein. Ist im ME drin, habe ich es reingepackt. Gemein. Gemeine Königin. Gemeine Königin. Gott ist das alles krass hier. Eins. Drei. Abel. Alter. Alter. Was ist denn los? Weiter. Was ist los? Die Folge ist schon wieder fast vorbei. Das kann nicht sein, wir haben vor 5 Minuten erst angefangen Aber erst in 2 Sekunden Bis zum nächsten Mal, tschüss Ciao